So Freunde der Spekultor, wir spielen heute Scorn. Ich habe noch ein bisschen gewartet, dass vielleicht noch der ein oder andere hier einstrudelt. Heute ist der Release davon. Es handelt sich eigentlich um ein surreales Spiel, finde ich. Es gibt keine Dialoge, es gibt keine Textfetzen. Alles muss man selbst, sag ich mal, erleben. Und geht durch unterschiedliche Biomareale in einer Welt, die eine technologisch-organische Struktur hat, die so ein bisschen an Technologie wie Prometheus oder Alien erinnert. Und auch von diesen Environment-Geschichten. Ich habe es natürlich noch nicht gespielt. Ich werde das jetzt blind spielen. Es soll sechs bis acht Stunden dauern. Ich weiß nicht, ob wir alles jetzt heute schaffen werden. Ich habe auch schon gehört, dass Leute viel schneller durchgekommen sind. Vielleicht haben die sich nicht ordentlich umgeguckt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist nicht so Horror, wie es angeteasert ist. Es ist einfach nur eklig. Damit komme ich klar. Wenn es Horror ist, also zu horrormäßig, ich bin heute nicht so fit, weiß ich nicht. Mal gucken. Mal gucken, ob ich es durchhalte. Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. Wir starten einfach ein neues Spiel. Der Ton wird eigentlich relativ laut bleiben. Aber man muss ja auch was hören. Weil das Sound-Environment soll auch sehr, sehr gut sein. Geh! Ich spiele es eigentlich nur wegen dieser... wegen diesem Design, also weil es halt so ein bisschen Alien Prometheus-like ist, also ich fand Alien und die Prometheus-Filme, auch wenn Prometheus natürlich ein bisschen durchwachsen ist, aber ich fand es insgesamt immer gut. Natürlich, es gibt auch schlechte Alien-Filme, wie Alien vs. Predator. Oh übrigens, Notifications sind heute ausgeschaltet, aber danke Speck für dein Prime-Sub. Ich spiele übrigens mit dem Controller, damit das für euch auch ein bisschen entspannter ist, zu gucken. Maus und Tastatur ist ja immer sehr schnell am Wechseln. Also, ne, dann ist das Drehen alles so sehr schnell. Und deshalb habe ich entschieden, dass ich das mit dem Controller spiele. Ich hoffe, dass wenigstens ne, ähm, das Rennen ne kurze Info geben wird, wie ich steuere nachher. Sieht schon cool aus, die Umgebung. Kann ich mich selbst sehen? Ja. Und danke Warschiller für das Verschenken von SAPS. Vielen Dank. Es soll übrigens auch Rätsel geben. Kann ich mal zwischendurch Hilfe des Chats in Anspruch nehmen. Aber krass, ey, das sieht aus wie ein Bild einfach. Nicht wie Spielgrafik oder so. Haben die echt krass hinbekommen. Ich muss irgendwas haben, um die Türen zu öffnen. Ja. 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 Das sieht aus wie ein Kinderwagen. Geburtskammern. Ich weiß nicht, was du machen sollst. Du sollst ja die Hand reinhalten. Ach so, ich bau doch erstmal ein Update. Bisher also ein Upgrade. Untertitelung des ZDF, 2020 Das wir erst aufmachen, dann ziehen. Was soll schon passieren? Türen, die sich hinter mir schließen, können immer nur Gutes bedeuten. Untertitelung des ZDF, 2020 Kann ich nicht so wirklich mit interagieren. Dieses Volk mag lange Gänge. Danke für den Abschluss von Hype Train Stufe 3. Tschüss. Tschüss. Die Wärmste Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, hier wurden die Wollern Ja, hier wurde irgendwas extrahiert Aufgesägt und dann Auf die Schiene Gebracht Dann rüber Und von hier aus geschickt Typischer Heimwerkerkeller Ah, guck mal Ah nee, das wäre wieder für Das Upgrade Aber das habe ich ja schon Ah, ich sehe schon, dass ich mich hier übrigens viel verlaufen werde Sieht alles einfach gleich aus Was ist das? Okay, der geht einfach wieder zu. Also muss ich irgendwie eine Möglichkeit finden, dass ich beide bedienen kann auf einmal. Mit einem Freund. Was wurde hier getrieben? Gute Kopfstreichelmaschine. No. Gute Kopfstreichelmaschine. Gut, dass wir bis jetzt noch nichts gefunden haben. Okay, wir haben ein bisschen mit Kontroll, also mit Sachen interagiert. Aber ja, es gibt keine Texte und keine Dialoge und dann steht man hier so ein bisschen. Warum bringt er den nicht rüber? Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Moment, da unten scheint noch einer aktiv zu sein, oder? Aber ich suche einen Einzelnen. Das scheint der hier zu sein. Was? Ich muss den hier so durchschieben? Dafür werde ich aber nicht bezahlt. Oder muss ich den da durchschieben? Den kann ich nicht bewegen. Hmm. Wir müssen irgendwie unten lang. Wir müssen hier. Das sieht doch gut aus. Guck mal, was ich für ein Wandrätseltier bin. Das fand ich jetzt nicht sehr hilfreich. Oh, das war wahrscheinlich das, was du hier machen solltest. Da kann ich auch mit dem Ei interagieren. Ich nenne es einfach mal Ei. Ne, das willst du mich nicht, weil das nämlich wahrscheinlich tot ist. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 So dahin Scheiße Obwohl ich kriege den ja gar nicht darüber Geht ja gar nicht Deshalb es kann hier gar nichts noch was sein Weil der hier ja gar keine Chance hat rüber zu kommen Ich kann den ja nirgendwo drehen Hier kommst du ja nicht durch Weil das zu eng ist Und hier oben da hinten kommst du ja auch nicht durch Also kann das überhaupt nichts mehr mit dem Ding hier zu tun haben Das war gerade das Ei was wir brauchten Ich glaube es ist total unwichtig Ob ich ein Mann oder eine Frau bin in diesem Spiel Ähm Es ist glaube ich die irrelevantste Frage Die man stellen kann hierzu Ich glaube es ist total unwichtig Okay, damit können wir immer noch nicht interagieren. Okay, dann wären wir wieder hier. Dann gibt es einmal den ganz langen Gang hier an der Seite, da müssen wir mal schauen. Okay, dann kommen wir wieder an. Das ist nicht der richtige Ort, um das zu besprechen. Muss ich leider sagen. Das war in den Chat gerichtet. Okay, hier geht es aber auch nicht weiter. Ich sehe schon, es wird einen Rumirren. Naja, erstmal muss ich runter. Weil wir haben jetzt irgendwie das Ei runtergeschmissen, also sollten wir mal unten gucken, was daraus geworden ist. Also, soweit ich gehört habe, gibt es unterschiedliche Environments. Und das unterscheidet sich schon ein bisschen. Frage wäre jetzt, was ist denn die erste Station hier? So, jetzt sind wir unter dem Ei-Ding. Das war da, auf der Seite muss das Ziel runtergekommen sein. Komisch. 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 Ja, wundervoll. Damit bringe ich das Ding auf den Weg, aber ich brauche ja erstmal das Ei. Ja, doch, es hat was damit, mit dem oberen Ding zu tun. Da muss das nämlich durch diese Schienen, durch das Schienenkonstrukt kriegen. Also, es hat was mit dem Wandrätsel zu tun. Aber wie man sieht, habe ich den Fahrstuhl schon verloren, wo der war. Deshalb darf ich auch nicht den Schlitten bewegen, weil auf den Schlitten muss ein Ei, oder so ein Ding halt. Oh, Hettie, auf mir liegt ein Mops. Ich muss den mal runtergegeben. Wird nämlich gerade ein bisschen zu warm auf meinem Schoß. Unfurchtbarkeit muss es jetzt heute nicht geben. Ich muss den Schlitten bewegen, aber ich muss den Schlitten bewegen. So weit darüber kommt der nicht. Auf der anderen Seite ist das Ding zerstört. Ich weiß, wir haben ja schon leuchtenden Doppel-Kokong dahin gebracht. Ach, natürlich, der kann dahin. Ähm... Weil, der muss ich hier hinten dann unten langziehen. Der erste Kokong war nämlich falsch. So, du musst jetzt einmal hier raus aus der Ecke. Du musst rüber, der muss hoch. Den muss ich auch eben kurz hier versenken, dann kann ich schon den ersten hier rausziehen. So. Du warst ein Einzelner, dich krieg ich ja eh irgendwo unter. Seht her, wie ich mein Einkauf Tetris mäßig zusammenfüge. Viererlein. Viererlein. Perfekt. Perfekt. Du musst nur glauben, dann schaffst du alles. Scheiße, da ist noch ein Einzelner. Äh... Äh... Kacke! Ja, musst du erst raus. Der kommt noch hier hin, dann kommt der andere noch oben drauf und dann ist alles perfekt. Ah, traumhaft. Wenn das Gehirn ein bisschen funktioniert. So, ich hoffe, dass dieses Ei jetzt das richtige ist. Ich glaub, da hängt ein Fuß raus. Ah, da hängt ein bisschen mehr als ein Fuß raus. Das winkt dir zu. Ja, hallo. So, wir nennen ihn einfach Steve. Das lockert die Stimmung auf. Sobald es einen Namen hat, will man es nämlich als Haustier haben. Und dann ist das, was wir tun haben. Was ist der Piguet? Ja, ich glaube, das ist das. Und dann ist das, was wir tun haben. Und dann ist das, was wir tun haben. Und dann ist das, was wir tun haben. So. Steve. Wir holen dich jetzt mal da runter. Ich glaube, ich nenne dich doch ugly. Ich glaube, ich bin so gut. Nein! Nein! Hallo, ich hab dir nur einen Hut geschenkt. Einen schönen Team Forte 2 Hut. Den hier müssen wir umschalten. Also ich finde das jetzt nicht okay wegen dem Gamma-Wert. Normalerweise wird hier immer gesagt dann, wir können nicht sehen, mach mal Gamma höher. Jetzt habe ich da vorher extra geguckt, wie in der Aufnahme die Helligkeit ist. Und da habe ich den Gamma-Wert entsprechend angepasst, damit Leute im Stream was sehen können. Sonst kriege ich nämlich immer hier einen auf den Deckel und dann wird gesagt, ich kann den gar nicht sehen. Kannst du überhaupt noch was sehen? Ne, ich sehe auch nichts. Ja, ich möchte aber was sehen. Also bis jetzt ist ja nicht viel Horror hier, es ist halt einfach nur eklig. Und mit eklig komme ich gut klar. Deshalb ist jetzt finde ich das, ist das für mich kein Horror. Ja, auf einer öffentlichen Schule, das ist Horror. Im Moment, das könnte auch hier an einem normalen Markttag des Boer Innenstadt sein. Sieht kaum einen Unterschied. Ist halt nur ein bisschen ruhiger. Ja. Ich höre ein bisschen Sprachnil, nicht verstehe es. Ich höre ein bisschen Sprachnil, nicht verstehe es. Moment mal, ich glaube, das mit dem Drehen ist dann... Ich kann dich nur wieder hier rausziehen, aber ich glaube, ich kann dich nicht da draufsetzen, oder? Ah doch, wir haben ja die Schiene da an der Seite. Da ist ja nur dieser Schaber. Oh, ich glaube, das tut nicht so ganz so weh. Man kann sie auch täuschen. Oh, ich glaube, das tut nicht so weh. Geil, jetzt habe ich den Arm in der Hand. Hallo, ich bin Hand. Aber vielleicht kann ich... Ach! Den kann ich natürlich einsetzen an der Tür. Damit ich den Schließmechanismus aufmachen kann. Aber es ist nur ein Arm. Ich brauche zwei Arme. Ich muss den erst, äh, auch noch verdrahten. Oh, ich bin mir. Oh, ich bin mir. Oh, ich bin mir. Oh, ich bin mir. Na, ich brauch doch nur einen. Aber als erstes Environment doch relativ schnell zu knacken. Aber es hat halt schon eine echt geile Stimmung, muss man schon sagen. Ich denke mir, die haben einfach ihre Biomasse umgesetzt. In diese Konstrukte. Oder es ist ein Alien-Genozid hier. Das könnte es natürlich auch sein. Wenn sie nicht willkommen waren, wurden halt dann abgeschlachtet. Okay, dafür brauche ich wieder etwas. Das ist alles. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Also hoch runter kann ich damit Spannende Musik Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, ob alles mal untouchen, immer das Beste ist, ne? Warum laufe ich hier durch? Keine Ahnung von nix, aber irgendwie, äh, hat man das Gefühl, man kommt weiter. Oder auch nicht. Ich kann hier rausgucken und sonst nix machen. Kann ich nochmal einen von den Dingern befüllen? Okay, es kann natürlich sein, dass es eine Ebene hier drunter gibt, wo ich in der Lage bin, dass aus den beiden Löchern auch nochmal zwei Teile kommen, damit ich diesen Gesamtweg nach vorne freischalten kann. Und dafür bin ich natürlich auf der falschen Ebene dann. Den Entwickler sollten mal sofort, äh, sich an ein Alien-Spiel ranmachen. Können hier einfach dasselbe Textur-Set nehmen, wie hier. Achso, jetzt sind wir wieder hier vorne. Du musst ihn vielleicht entnehmen und in den anderen reinstecken. Das könnte natürlich auch sein. Alien-Isolation war damals auch wirklich gut, aber ab einem gewissen Punkt wollten sie einfach zu viel. Okay, man geht einfach hier im Kreis, also müssen wir wirklich da vorne interagieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seht her ich habe eine Waffe. Janigod Gun. Janigod Gun. Ah, siehlt er. Das ist das zweite Ding zum Stecken. Ach, scheiße. Oh mein Gott, der Sound ey. Oh, ich dachte jetzt gerade, was kommt denn da? Aber richtig, richtig cool ey. Ich weiß übrigens, dass es wirklich, es soll nicht so lange gehen. Aber ich finde das schon alles sehr künstlerisch. Als Spiel. Ist natürlich Geschmackssache. Der sieht absehig aus wie ein Penis. Ich sag's euch. Und der wird größer. Ja. Ja, super. Wenn man erst die Lüftung aufmacht, um am Ende das Haupt Ding aufzumachen. So hätte auch damals, finde ich, ein Doom Relaunch aussehen können. So, hier aktiviere ich die andere Seite der Anlage. Okay. Falls ich irgendwas übersehe beim Spielen, dann ist das so. Kommt leider vor. Komm bitte raus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja, komm her! Ab ins Loch! Stell dir einfach vor, es ist DSF damals nach 24 Uhr. Oh, sexy Sports Clips. Hm, zu viel Druck. Oh ja, komm her! Oh ja, komm her! Ich denke mal die Archivments mit den Signen haben irgendwas zu tun mit den Abschlüssen. Schönen guten Abend, True Chaos im Chat. Und ich habe glaube ich kein Abschluss 001 Archiv mitbekommen, vielleicht habe ich wirklich was am Anfang übersehen. Hm. Es ist ein Herr, Schönen, Schönen Warum war ich denn jetzt in einem Ei? Kann natürlich auch sein, dass das Bewusstsein immer übertragen wird auf irgendeine andere Lebensform. Achso, der erste Erfolg wäre was mit der Kreissäge gewesen. Also ich hätte ihn weiterschieben müssen und auf den Kreissägen Splot, also Plot bringen müssen. Ich habe den ja ausgeschabt und eigentlich solltest du ihn durch die Kreissäge töten. Anscheinend. Ich würde diese Welt auch von Saiyajin. Zerstört, um sie dann zu verkaufen. Jetzt beim Krieg keinen Hunger. Das Problem ist, dass du für die Säge hätte man die Schiene halt einen weitergehen müssen und das machen wahrscheinlich viele nicht. Die gehen halt den ersten Weg, den sie fahren können und dann sind sie halt bei dem Ausschaber. Das ist aber das erste Archiv mit der Säge definitiv ein bisschen doof. Um an den Arm zu kommen im ersten Abschnitt. Irgendwie ist das ein bisschen Walking Simulator, ne? Sieht zwar alles sehr faszinierend aus. Ich gucke auch ein bisschen in die Ecken. Ich gucke auch ein bisschen. Ich gucke auch ein bisschen. Das ist aber auch ein bisschen. Ich gucke auch ein bisschen. Du willst wahrscheinlich, dass ich da reingehe. Gott. 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 Ich will interagieren. Fehlt mir was. Ganz normaler Montag auf der Arbeit. Ich will interagieren. Ich will interagieren. Das sieht mal einer an. Ich will interagieren. Jetzt habe ich da irgendwie eine Kugel drin. Dafür werde ich noch irgendwas anderes haben. Aber ich glaube, dass ich gerade diese Stelle auf der anderen Seite vorhin mal war. Kann auch sein, dass die einfach nur ähnlich aussah. Ich will interagieren. Ich will interagieren. Ich will interagieren. Ach, wieder so eine Nummer. Okay, da ist Fahrstuhl. Alles nicht darauf ausgelegt, alleine bedient zu werden. Ich will interagieren. Das Geile ist, angeblich gibt es eine Taste für Inventar. Passiert halt nur nichts, wenn man sie drückt. Wahrscheinlich, weil ich nichts im Inventar habe. Weil ich keine Taschen habe. Ich denke mir, das ist die Konsole, um diesen Fahrstuhl zu rufen. Bauchtasche. Ach, das ist Känguru-Planet. Känguru-Land. Ich war immer nur im Schledermaus-Land. Oh nein, das ist so eine Brückenverbindung. Um andere Orte zu erreichen. Ich hoffe, dass sie das ganz einfach gemacht haben. Jetzt aber. Der bleibt da unten stehen. Ja, komm. Okay, es war nicht ganz genau. Da oben. Wie hier. Es klackt sogar ganz kurz. Zweite Perle. Oder Ring. Da kommen so komische Ringe drum. Also muss es vier Stück geben davon. Er hat sich geopfert für die Arbeit. Ah, ich habe keinen Plugin gerade, um das zu benutzen. Ähm. Hatte ich schon mal einen zwischendurch gesehen. So, wir waren jetzt da hoch. Und kamen hier oben raus. Ich denke mal, das führt mich theoretisch nirgendwo hin. Da sind nämlich Leichen im Weg. Ach, nur weil du dir zu fein zum Klettern bist. Ich finde, hier sind so viele sexuelle Anspielungen drin. Alles schlurpt. Saugt, man steckt überall Sachen rein. Ups. Da ist kurz nachgehakt. Normal in der Zukunft. Hier scheint eine Ladestelle zu sein, wo ein Bereich geladen wird. Das ist kurz nachgehakt. Das ist kurz nachgehakt. Die Ladestelle ist ein bisschen. Das ist ein bisschen zu sehen. Das ist genau so ein Ding wie im anderen Raum, weil das hier scheint kaputt zu sein. Ich wusste, dass man da nicht so einfach durchgehen sollte. Geh weg, ich habe keine Waffe. Meine Waffe ist das Wort. Hey, geh weg! Was hast du mit mir verbunden anscheinend? Na, hey, geh weg, hat nicht so gut funktioniert. Hier ist ja auch kein Wildschwein. Danke für die 100 Bits Quicksilver. Immer wo ich jetzt eine Waffe habe, werden Feinde ein bisschen aggressiver werden. Das ist ja auch kein Wildschwein. Was ist der dritte Ring? Oh, was trinken. Hey, war es dein erster Charakter wegen der Waffe? Kann sein. Jetzt habe ich drei Bacon Beef um meinen Schlüssel gebunden. Oh, guck mal. 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 Du kommst bestimmt jetzt direkt da raus an dem Gerät. Moment, hier hatten wir das doch von dem einen Typen geholt, oder? Von hier kommen wir gerade, jetzt bin ich verwirrt. Ne, hier war Sackkasse, aber das war doch genau um die Ecke von dem ... Ach, hier vorne ist es an der rechten Seite, vielleicht reichen drei Schlüssel ja schon. Ne, es gibt irgendwo einen vierten. Ne, es gibt irgendwo einen vierten. Ne, es gibt irgendwo einen vierten. Immer wo die Waffe wegsteckt, denke ich, es passiert was. Die einzige Ecke, wo ich mir vorstellen kann, dass es einen vierten gibt, wäre da, wo man diese Brücke ausfährt. Weil hier war ja der Anfang. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts zu holen oder zu machen. Wo auch immer ich hier damals reingekommen bin. Ach, durch das Loch hier. Gab es nicht eine Stelle, wo du einen Handschuh brauchst? Äh, blub, 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 blub. Ja, bestimmt. Eventuell da, wo du die Hand reinstecken musst. Hand reinstecken. Tut mir leid für die kleinen Nachladeruckler, aber ich bin ja auch nicht mehr auf dem High-End-Sektor beim Rechner. Ja, doch. Noch ein bisschen. Es kommt immer darauf an, in welcher Auflösung man spielt. So geht man nicht mit einer Lady um. So, aber hier war nix. In den Schlauch. Ja, ich bin ja. Ja. Ich bin ja. Da, wo du ein Geist? Ja. Ich bin ja. In den Schlauch. Ja. Stimmt, hier war ja noch der. Ah, damit kann ich die Leichen wegmachen. Böp, 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 Gaswasserscheiße, wir machen hier Rohr frei. Und wenn es mal wieder stinkt, scheuen Sie sich nicht, meine Nummer anzurufen. Ich bin jederzeit bereit für Sie. Das bisschen Säure. Ach, sehr gutes Röhrensystem in der Zukunft. Das ist der Nächste. Also der Letzte, den ich brauche. Und ja, man kann die linke Seite nicht sehen, man muss das nachher hören. Das sind aber sehr faire Rätsel, finde ich, bis jetzt. Also sehr Rätsel ist ja übertrieben, aber ich hatte schon Angst, als ich gelesen habe, es kommen halt Rätsel, dass da richtige schwere Nüsse drin sind. Aber insgesamt, finde ich, das geht das eigentlich. Ist alles logisch aufgebaut. Die Steamboys heulen alle rum, dass ihnen das so schwer ist. Ja, ähm, ich finde das alles total logisch, als wenn ich hier aufgewachsen bin in der Umgebung. Jetzt muss ich nur zur richtigen Ecke wiederkommen. Ja, perfekt. Also bis jetzt, äh, ist alles okay gewesen. Kann sein, dass es später vielleicht rätseln, weil er mitmäßig schlimmer wird, aber... Das sind alles ganz logische Stecke-Sachen in Dinge-Rätsel. Ist ja auch noch nichts, was nicht jeder... hat. Das ist auch falsch. Hm... Das ist auch falsch. sehr logisches rätsel ja es muss halt gucken welches loch das richtige ist immer ach Moment der geht ja nur nicht weiter weil der versperrt ist dann immer also muss der jetzt ganz hoch da müssen wir einen runter dann kommen wir rein mit dem und dann hier rüber ja es war schon mal ganz nah dran jetzt habe ich das auch gerallt jetzt müssen die beiden rein dann der dann der und jetzt hoch du musst einfach nach der Reihenfolge also umso deeper nach hinten das geht umso mehr also umso früher muss der rein das war ich auch ein logisches rätsel am anfang habe ich was anderes am anfang habe ich gedacht die drehungen der unterschiedlichen schlüssel also mit unterschiedlichen bacons mit perle dran so nenne ich sie ähm die würden nicht immer alle gleich drehen und deshalb können die nur in bestimmte löcher rein ich habe gar nicht daran gedacht dass das mit der distanz zu tun hat ich glaube hierüber können wir türen öffnen das scheint schlüssel zu sein für unterschiedliche türen ja das sollst du dir am besten ins gesicht rammen äh warum kommt die da raus den stecken und reinstecken ist imperator gott und ich glaube damit kann jetzt die tür öffnen mit dem blub mit dem licht unten links mit dem licht unten links ach jetzt habe ich wirklich ein inventar moment mit wie vielen händen halte ich das alles nämlich genau die hier du hast ja zwei extra hände inzwischen ja aber es ist halt der inventar ist halt ein bisschen verwirrend so dann ich okay ich 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 Okay, ihr habt noch frei für fünf Händewitze im Chat, dann ist auch mal gut. Nutz die Weise. Richtig fies, wenn das auf YouTube kommt, ne? Ihr könnt gar nicht die guten Händewitze hören. Aber ich denke mal für Hand auf Herz, ich habe mehrere Herzen. Ich glaube, er ist auch ausgebildeter Apotheker. Ich glaube, mein Freund geht. Na, ich glaube, er hat sich ein bisschen, er hat mir ein bisschen HP geklaut. Ich glaube, er hat sich ein bisschen HP geklaut. Ich glaube, er hat sich ein bisschen HP geklaut. Ich glaube, das Inventar gibt es wirklich nur zum Gucken. Oder ich kann in die Waffe vielleicht später andere Sachen einziehen. Also einsetzen. Vielleicht gibt es deshalb das Inventar. Na, guck mal, wo wir sind. Oder es ist einfach woanders. Ne, es ist woanders. Der Schutz sah anders aus beim anderen Türmchen, wo wir waren. Oh, je ne, der sich immer fügt. Oh, ich bin grün. Ja, ich bin sehr gut. Ich bin sage schonmal. Ich bin sehr gut, ich bin sehr gut und ich bin. Ich bin sehr gut, dass ich das in diesem Lachsland noch nicht mache. Und da sind die Katate. Boah doch, wir sind hier mal langgekommen. Das kommt mir irgendwie alles sehr bekannt vor. Siehst schon, dass die Gesellschaft unterentwickelt ist, weil keine Schilder. Der Deutsche weiß, eine Kreuzung kann nur existieren mit 17 unterschiedlichen Schildern. Ich glaube, ich komme zur Hauptkammer wieder. Vielleicht die Hand mal auf die Map machen, wenn es sowas mal geben würde. Vielleicht hatten die ein gutes Gedächtnis, dass die keine Schilder brauchen. Ach, so ein Unsinn, als wenn die hier kein so schöner Ort, da ist ja doch Tourismus. Da muss doch alles seine Regel haben. Okay, wir sind nicht mehr in der Hauptkammer. Da ist ein Lift oder sowas. Sowas wie eine, äh, ja. Wie eine Transportkugel. Oh mein Gott, da ist der Geburtsort, der Flood aus Halo. Man sollte die Flood auf jeden Fall, äh, relativ schnell zerstören. Das funktioniert nicht. Achso, ich krieg ein Upgrade. Sicherheitscode, äh, Zwei Lichter. Zwei Lichter. Das ist, äh, ich bin, äh, wie gesagt, ich bin einfach durchgehend einfach so fasziniert. Wirklich von dem Gesamt, Gesamtdesign. Jetzt kann ja nicht sein, dass ich da wieder lang muss. Da ist eine Tür mit den zwei Lichtern. Das ist, äh, ich bin, äh, ich bin, äh, ich bin. Wer sollte dadurch aufgeschreckt werden? Ich bin, äh, ich bin, äh, ich bin, äh, ich bin. Hey, da ist eine deutsche Wurst. Ah! Aaaaah! Nee. Ich glaube, ich sollte von dem Vieh einfach weggehen. Gucken wir mal, ich habe keine Quick-Safes oder sonst irgendwas gesehen, nämlich zwischendurch. So, jetzt will ich eine Ebene da drüber. Was ist passiert? Ich war nur 30 Sekunden AFK. Du hast verpasst, wie ich gestorben bin. Ich glaube, der Spawn war verkehrt rum. Ich musste mich umdrehen und da wäre der Fahrstuhl gewesen, um runterzukommen. Ja. Oder? Weil es der Fahrstuhl, der mich hier her ist. Ach, nee. Weil ich... Ach, ich war hier links lang gegangen. Ich glaube, ich lasse das Vieh einfach am Leben und, äh, renne daran vorbei. Weil die Waffe hat ja recht so'n... ...so'n Druck. Und noch zwei, äh, mal antitschen. Ist die Sache ja, äh, erstmal gegessen. Da muss ich ja wieder warten. Ja. Äh, das ist ne Waffe. Okay. Aber das ist ne Waffe. Okay. Wahrscheinlich haben sie es früher als Löffel benutzt. Weil ich muss eh nach da oben. Weil seht mal, wo das Rad stehen bleibt. Ich kann hier unten gar nicht lang, ich muss nach oben. Deshalb, schön dich kennengelernt zu haben, deutsche Wurst, aber ich muss weg. Oh, du bist aber süß. Das ist wie ein laufendes Arschlochhuhn. Ich bin mir sicher, das konnte man schon mal bei ID in der Theke kaufen. Das ist wirklich, als wenn ein Hühnchen ein Arschloch hat. Also, beziehungsweise, als wenn das Arschloch beim Hühnchen auf der falschen Seite ist. Ach, dafür... Ah, ich hätte den noch zurückdrehen müssen, den ersten. Scheiße, ich muss noch mal runter. Gott sei Dank gibt's keine Ausdauer. Du kannst mich die ganze Zeit hier rennen. Na ja, der erste, der dreht sich dann automatisch zurück. Oh, kommt schon wieder so ein Vieh. Du hast bestimmt keinen Sicherheitsschlüssel. Haben nämlich nur Abteilungsleiter. Ich weiß, man kann auch durch die Mitte, aber ich wollte mal hier an der Seite schauen. Wobei, nee, ach, hier war nur der Ausblick, ne? Ach, ich will ja nur ein bisschen Gewebe entnehmen. So, jetzt sind wir richtig. Ich hätte auch dran vorbeilaufen können, fällt mir gerade auf. Man hätte einfach nur oben lang gehen müssen. Also, wir hätten gar nicht mehr runtergehen können. Geht natürlich auch. So eine schöne Umarmung. So eine schöne Umarmung. Das sind alles so einzelne Viecher, die zusammenhängen, ey. Überhaupt nicht geil. Und wenn wir bewegen, drehen... Hmm. 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 Hau ich ab. Welte 1 mit der Umgebung. Äh, ich glaub das würden die auch von mir verlangen. Wenn ich in ihre komische Orgie-Kommune rein will. Ja. Ach, hier geht's lang. Viel Potenzial für noch mehr Gegner. Oh mein Gott. Da kommen kleine Babyviecher raus. Ja. 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 Ach so. Wir müssen wieder runter. Ich muss eine Kugel von unten mitbringen. Wir müssen gleich eine kurze Pinkelpause machen. Wobei hier ist auch gerade nichts. Also muss ich von irgendwo her holen. Auf der linken Seite ist Schiene aber hier. Ja Moment. Es hängt ja vorne noch eine Kugel. Aber ich denke mal, dass du hier eine holen kannst und die wird dann hier gestoppt und dann kannst du die greifen. Nach rechts gibt es ja keinen Weg. Oh es gibt doch nach rechts einen Weg. Danke, ich habe meinen Blutigel aufgefüllt. Was auch immer man damit macht. Ich würde hier auf heilen tippen. Ja. Äh. Ach verdammt. Du kannst meinen Blutigel einfach nicht noch häufiger auffüllen. Aber wenn deine Innereien so aussehen, dann solltest du auf jeden Fall einen Arzt konsultieren. Ich weiß nicht welchen, deshalb lieber alle. Ja. 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 Oh, okay. Also noch weiter. Nicht hier lang. Oh mein Gott. Ja die Kugel fährt nicht mehr. Ja. Ich glaube sie werden die nicht so geil finden wenn ich das alles aufsprengen oder? So. 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 Da muss ich mal gucken wie ich jetzt weiterkomme. Ach wahrscheinlich kann ich an der Seite das langlaufen weil der hat die Fäden zerrissen. Lauf. Den antitschen lenkt ihn wenigstens ab bzw. bringt ihn mal ganz kurz zu Boden. Hm. Danke. Weil gegen die kämpfen wissen wir das bringt halt nix. Ich habe es versucht. Die halten sehr viele Treffer aus also. Okay die kleinen Hühnchen die kann ich töten. Nimm das. Was du hältst mich für den Feind. Wann wärst du dich nicht? Mir kann es recht sein. Hihihi. Gib nicht mal in Archiven wenn du die tötest. Aber ich weiß wegen immerhin da ich 5 Treffer brauche. Ich weiß nicht ob ich in die richtige Richtung laufe. Ich weiß nicht ob ich in die richtige Richtung laufe. Ich halte den Crew weiter nach oben ziehen. Boah, mach mich fadig, ey. Baaah. Aaaaaah. Lass mich an hier vorbei. Okay. Oh, wir machen mal eben Pinkelpause. Ist ein guter Zeitpunkt, weil die Hunde gerade durchdrehen. Okay, da hinten rennt auch noch einer rum. Das sieht doch schon mal aus wie das nächste Rätsel. Wahrscheinlich muss das Ding einfach nur... Mhm. Mhm. Ah, der fährt... Ah, okay. Der wechselt jetzt immer die, äh, Etage. Ich hab eigentlich gedacht, ich müsste was anderes machen mit dem... Mist, Vieh. Hör auf, um hier rumzusaugen. Oh! relying hier soaren なん das war auch geschafft. Hier wird aber um K determinieren, dass wsterreichisch sein wird. Ja nicht danke aber! Ja, leck mich doch. Das sieht nach Spaß aus. Jetzt hat mein, äh, mein Ding Kreise bekommen. Oh ja, und da ist Munition. Verarsch mich doch nicht. Ach, siehste. Ob ich an dem vorbeilaufen kann, muss ich ihn auch nicht erschießen. Hm. Hm. Ich hoffe, ich höre, dass er kommt. Ach, siehste. Komm her. So, jetzt kann ich mir das nochmal genauer angucken. Und da wird die Verbindung ja wahrscheinlich nach unten bleiben müssen. Ach so, wie ich sie trenne, kann ich sie natürlich alleine drehen. Okay. Ja, doch das ist, du musst, du kannst ja die trennen hier oben einmal und dann kannst den mittleren alleine drin, aber der mittlere muss auch noch so gedreht werden, dass er nach unten zeigt, oder? Aber die Pins müssen alle aufleuchten, das tun die immer, wenn die in die Richtung der Mitte gucken. Verdammt, jetzt habe ich um einen mich verschätzt, ähm... Kacke! Kacke! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Noch einen weiter Bah, ist das kacke Ich hab den einen noch immer mitgedreht Ich hab den einen noch mitgedreht Dampfbügeisen Guck mich nicht an Okay, das ist die zweite Rätselseite, die Etage tiefer Ja der Mops ist da, einer der Möpse Ich könnte euch noch mehr Möpse zeigen, es sind Fünf im Haus Patty will auch Liebe Ja, damit darf ich nicht mehr interagieren, aber kann ich vielleicht die Munition nochmal auffüllen? Ne, ist auch nur einmalig Ist auch nur einmalig Beim Spaziergang ist das übrigens das einzige, wo es stört, dass du so viele Hunde hast Man fragt sich auch immer ab, wie viele Hunde wirkt man eigentlich assi? Wir müssen oben nochmal rüber, weil wir können ja in der Steuerkonsole wahrscheinlich jetzt ein mehr gehen Ab fünf Ich hab immer das Gefühl, so ab drei Hunde guckt man die Leute schon ein bisschen komisch an Achso, dafür ist der, ist das Dampfbügeleisen Damit können wir den zweiten Flipper anspannen Um die Kugel nachher zu kicken Ich hab wirklich übrigens, äh, zwischendurch immer mal nachgedacht, ob ich einfach Hundepension mache Aber das würde einfach alle, äh, Aufnahmeprojekte tagsüber sprengen So, als kleiner Nebenverdienst Lass ich auch alles übers Gewerbe laufen dann Muss ich ja nur hinzufügen Nein, ich will mein Inventar nicht sehen Mach mich fertig, ey Scheiße Man kann mit Hunden noch viel verdienen, das ist richtig Weil egal wie schlecht es dem Deutschen geht, für sein Haustier hat er immer noch Geld übrig Deshalb Herstellungsindustrie für Hundekram und, äh, Lebensmittel für Hunde und so weiter Die haben nie Sorgen, ey Wenn du den Kundenstamm aufgebaut hast Achso Muss ja erst die Waffe wächst Die haben mich schon gewundert Warum kann ich denn nicht, äh, nachladen Bei falsche Taste Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe einen Schuss mehr verbraucht, als es nötig gewesen wäre Ich habe noch drei Patronen Ah, hier gibt es neue Munitionen Ich habe seit eineinhalb Monaten zwei Babykatzen Hab sie bei mir auf der Arbeit aufgesammelt Da waren, die waren total ängstlich und hatten voll Hunger Da habe ich sie einfach mitgenommen Ja, es hat auch vorhin eine Nachbarin getroffen Die haben, denen wurde gesagt Die haben eine Katze aus der Mülltonne Beziehungsweise, deren Katze ist jetzt gestorben Es kommen lauter Leute und wollen den neue Katzen bringen Beziehungsweise, deren Katze ist jetzt gestorben Ja, leck mich Jetzt müsste er da oben Richtig sitzen Boah, ist genau einen falsch gedreht, ey Da muss noch einen weiter So Scheiße, ist das ein doofes Rätsel, ey Das ist nicht ohne Weil ich weiß, wie die Mechanik dein Teil ist Aber es ist halt on the fly doof zu lösen So Dann ist der schon mal richtig gesetzt So Dann ist der schon mal richtig gesetzt Dann ist er Dann ist er So Dann ist er Nein! Ich war auch schon nah dran ey! Nein! Aber Es wäre ja eh falsch gewesen Weil ihr beide seid verdreht Das war's. Das war's. Ey, kannst du dir nicht glauben, wie mich das Rätsel fällig macht. Ähm... Das war's. 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 Ich szyn ist immer nach rechts. Und so. Dann drehen sie sich auch nach rechts. Ich dachte vorhin, die drehen sich sich nach links plötzlich. Üuuuh. Ihr könnt mir da als Chat übrigens überhaupt nicht helfen, weil ich ja wahrscheinlich schneller rumklicken, als ihr es überhaupt seht. Ähm.. So. Ich hab jetzt alles nochmal so ein bisschen verstellt, um nochmal den Ansatz vom Grund auf zu haben. Doch, der dreht sich doch andersrum da oben. Es ist wieder genau verdreht, es ist einfach der letzte Punkt unten ist wieder nach oben gerichtet und nicht nach unten. Wenn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist das, also müsste ich jeden einzelnen um 3 verschieben, wenn er getrennt ist. Ne, um 3. Ach, das ist aber ein ungerade, ne, das kann es aber auch nicht sein. Jetzt habe ich wieder das rückgängig gemacht. Okay. 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 Jetzt habe ich, ohne Scheiß habe ich oben, ich habe einfach die Dreier, also den Dreierverzug, ne, sieht man jetzt oben habe ich es genau getauscht. Ich habe den von unten nach oben gebracht. Irgendwie checke ich nicht, wie ich es anpassen soll, dass derjenige, weil es sind ja 3. Okay. Es sind 3 Züge, die irgendwie falsch sind. Ah. Gut. Maifold hat nämlich gesagt, wenn du den ganz links drehst, dann dreht sich der in der Mitte oben gegen den Uhrzeigersinn und rechts mit dem Uhrzeigersinn. Und das war die Lösung, wie du den runter kriegst. Weil diese eine Umdrehung, die dann, sag ich mal, entgegen des Uhrzeigersinn, dann konntest du das nämlich reduzieren, auf dass du noch 2 Bewegungen hast, die falsch sind und dann kannst du das äh, variieren. Weil dann hast du wieder eine Gerade, dann kannst du das durchziehen. Es ist schwierig, finde ich, auch zu erklären. Ich glaube, ihr versteht kein bisschen, was ich meine, aber es hat irgendwie funktioniert. Ich bin ganz froh. Es kann ja nur schlimmer werden. Nimm mich mit. Aber das Schieberätsel war echt kacke. Ich hoffe, das benutzen die nicht nochmal später. Letzte Stage, löse nochmal alle Rätsel. So nach ganz unten. Ne, das System habe ich ja verstanden. Das hast du ja daran gesehen zum Beispiel, dass ich in der Lage war, den oberen mit dem unteren 1 zu 1 zu tauschen. Aber mir fehlte das einmal zurückdrehen. Dass ich nämlich von 3 Bewegungen, die, sag ich mal, korrigiert werden müssen, auf 2 runterkomme. Und dafür musstest du einmal einen entgegensetzt drehen. Ach, ist auch egal. Ich bräuchte eine Tafel und einen Stift, um das jetzt genauer zu erklären. Es bleibt trotzdem doofes Rätsel. Ok. Ich bräuchte wieder. Es gibt wirklich zu viel, was ich verletzte. Ja? Ich glaube, es hilft, es heilt die Unige. Ich versuche es schon mal, aber weil ich habe hier geschrieben. Ich versuche es in der Kaufe. Ich versuche es auch mal zu. Ich versuche es einen Punkt. Ich versuche es in der Kaufe. Ich versuche es nicht mehr so. Ich versuche es nicht mehr so. Und das ist muss ich mich verletzieren. Ich versuche es nicht mehr so. Es hat mich verb entwickelt. Moment, aber zurücklaufen muss ich jetzt noch nicht. War doch einfach gut erklärt, wie du das jetzt hier gelöst hast. Wir haben alle das verstanden. Sag ich doch. So, der holt den jetzt. Eigentlich ist das Spiel wie Müs, früher. Nur mit ein bisschen Überleben. Wie findest du das Spiel? Wie findest du das Spiel ist immer eine sehr schwierige Frage. Weil ich noch nicht fertig bin mit dem Spiel. Und ich spiele das eigentlich nur wegen dem Artstyle. Und es ist übrigens gar kein Shooter. Es hat mit Shooter nichts zu tun. Es ist eher ein Rätselspiel. Rätsel mit ein bisschen Survival. Also, mit Feinden, die schon gefährlich sind. Es ist schon, äh, es wird schon daran gedacht, du sollst ein bisschen haushalten. Ich habe gestern nicht gesagt, das ist ein Shooter. Also, wenn man nichts mit Rätseln am Hut hat, sollte man dieses Spiel nicht spielen. Definitiv. Ich finde den Trailer auch ein bisschen irreführend. Nur nur 6 freigeschaltet. Ich finde den Trailer auch ein bisschen mehr. Boah, lass mich doch hier raus. Also es ist kein fixer Shooter, es hat nichts mit Doom zu tun oder sonst irgendwas in die Richtung. Es ist halt wirklich ein Walking Simulator, würde ich sagen, mit so ein bisschen Erforschen, ein paar Rätsel und ab und zu mal einen etwas schwierigeren Feind, der einen so ein bisschen abfuckt. Und Kampf ist nicht immer die Lösung. Feinde kann man auch umgehen. Und das ist auch wichtig, weil du eh nicht genug Munition hast. Ich werde schon wieder abgefuckt von meinem Symbionten. Könntet ihr mal ruhig Goa Uth sagen können. Würdest du dieses Spiel Horror nennen? Äh, machen wir auch kurz und schmerzlos? Nein. Also es ist eklig, dass es eine Sache, damit komme ich sehr gut klar. Vielleicht zu finden, dass andere eher horrormäßig, weil es ja schon sehr abstrud ist. Aber ich finde so abstrude Sachen eigentlich sehr cool, weil es halt eine gewisse Kreativität wieder gibt. Und ich habe es eigentlich nur, also ich spiele es eigentlich nur, weil es wie Alien ist. Also, ne, weil der Style halt so Alien-like ist. Und ich finde halt Alien geil. Und deshalb gefällt mir das auch so gut. Ich habe schon gehört, die Spielzeit soll auch nicht so groß sein, obwohl ich habe am Anfang etwas übersehen. Es sind ja nur 6 bis 8 Stunden. Es sind nicht alle Alien-Teile sind gut. Darüber müssen wir gar nicht reden. Die haben alle trotzdem Sinn ergeben. Manchmal. Das ist nicht so großartig, weil es nicht so großartig ist. Ja, das Spiel ist halt auf jeden Fall, ich würde es halt einen großen Pluspunkt geben für außergewöhnliches Design. Weil dabei ist es halt wirklich krass, richtig schön, richtig geil gemacht. Und Sounddesign ist halt auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob man es im Stream so richtig hört. Oh, da hinten kommt was größeres. Oh, da hinten kommt was größeres. Danke, Pusch, für deinen Prime Zap. Oh, da hinten kommt was größeres. Und... Darf ich nicht mehr zurück? Doch, ich muss aber dafür die Waffe wechseln, damit ich den... Den Sauger ab. Ich glaube, ich kann da nur rüber. Sonst gibt es hier nichts. Aber von da kam ich, nach da ist nichts. Also muss ich an dem dicken Vieh vorbei. Ich glaube, ich werde nicht genug Munition haben für den. Vor allem müsste ich noch nachladen. Wollen wir das jetzt aber eine andere Kammer hier nehmen, ne? Ja, muss hier ist mich nichts. Also auch wenn man... Also auch wenn alles sehr schön designt ist, ist es aber wirklich an manchen Ecken... Äh, dann doch sehr linear. Obwohl die teilweise die Level wirklich gut gebaut sind, dass du auch wieder gut rauskommst. Nachdem, sag ich mal, ein Rätsel unterwegs gelöst oder irgendwas geholt hast. Und ich finde, das ist auch ein bisschen Kunst, dass man sich nicht... Trotz der surrealen Umgebung in irgendeiner Form großartig verlaufen tut. Aber ich habe wirklich null Schimmer, was hier jemals gemacht wurde. In dieser Fabrik oder Welt oder warum das hier alles passiert. Das finde ich bis jetzt ein bisschen ärgerlich. Das war's finde ich. Das war's. Das war's. Aha, drei Lichter. Ich brauch Beförderung. Aber das hier, komischerweise, krieg ich hierbei Lust auf das Dead Space Remake. Obwohl ich Dead Space nie komplett durchgespielt habe, was ganz gut ist dafür, für das Remake. Ich glaub, die Ecke haben wir aufgemacht. Ich bin noch nicht 100% sicher. Also ich fand eigentlich Dead Space ganz okay, weil du hast halt Waffen. Und Waffen zu haben, macht das immer... Oh, dich kenn ich doch. Müsste mein Freund sein. Und ich hab den ersten Teil immer angefangen zu spielen. Und es ist halt immer okay, finde ich, wenn man sich mit Waffen verteidigen kann, wenigstens. Ich hasse dieses Hide-in-Sea-Chorror-Spielereien. Und ich hab übrigens Discord-Sound gehört, obwohl Discord-Sounds bei mir aus sind. Ich bin grad sehr verwundert. Aber wahrscheinlich hat mich das Vieh versucht anzupingen. Oh, jetzt krieg ich hier den Dreier. Und dann muss ich da raus. Während das Vieh da rumläuft. Stopp. Okay, der ist voll. Dann füllen wir den Schwamm mal mit mehr Munition auf. Toll, man kann den nicht durchschießen. Das war ja wieder klar. Dann muss ich den Teil so lange benutzen, bis es leer ist. Ich glaub, jetzt ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, das Ding aufzumachen. Tja, so sieht's halt aus, wenn du immer nur Oberkörper trainierst, aber nie Beine. Äh, falsche Richtung. Boah, ich muss jetzt sagen, ich weiß schon gar nicht mehr, wo die Tür war. War es oben am Fahrstuhl? Ich glaub schon. Oh, der läuft schnurstracks dahin. Aber ich hab wirklich grad nicht gewusst, ob ich richtig bin. Also ich hätte es wahrscheinlich töten können. Dafür ist hier viele Munition da gewesen. Vielleicht wäre das eins der Archivins gewesen. Oh, es verbindet sich immer mehr mit mir. Das Gerät hat HP nachgefüllt. Also ich hab kleine Blutkapseln, die kann ich mehr injektieren. in meinen Körper. Das ist halt ein Schwamm. Das Bewegen in dem Ding macht mir irgendwie mulmiges Gefühl im Magen. Achso, ich kann aussteigen. Achso, ich kann aussteigen. Ich dachte, ich werde jetzt abgefeuert. So viel Arbeit, mit einer Kanone abgefeuert zu werden. Warum spuckt eigentlich alles in dieser Welt? Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen... Ich wünsch ich könnte den ersten Treffer verhindern, immer. Aber die spucken sehr genau. Ich wünsche mir die Sprecher. Ja was jetzt, willst du mit mir spielen oder nicht? Ja wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen, ja. Doch in dem Spiel ist das, was deine Fantasie zulässt. Bleh! Das muss ich vorne lang können. Oh jetzt hängt der ja im Gang drin. Na toll. Geh weglaufender Arsch. Geh weg. 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 Und dieses übliche Problem in allen Spielen, durch Fahrstuhl, äh, zu welcher Seite, wo wird denn die Tür aufgehen? Dü, 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 dü. 0.07 freigeschaltet. 0.07 freigeschaltet. Also, soweit ich übrigens, äh, mitbekommen habe, gibt es vier Waffen und ich glaube daran, dass wir zwei Waffen haben bis jetzt, ähm, kann man ein bisschen festmachen, wie weit wir im Spiel sind. Angeblich haben ja Leute schon geschrieben, die hätten das Spiel in vier Stunden oder in drei Stunden geschafft, aber ich glaube, das sind einfach nur so Leute, guck mal, mein, äh, Geschwindigkeitspenis ist schneller als deiner. Und ich habe mir nichts angeguckt in dem Spiel, ich bin einfach durchgerannt von Anfang bis Ende. Und die Rätsel habe ich übersprungen. Äh, 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 äh. Ich glaube, es hat nichts gehört, ich habe aber ein riesiges Loch in das Ding reingesprengt. Das war's. Oh mein Gott, es hat Brüste, es ist weiblich. Ich kann nichts dafür, dass du an so einer scheiß Position gewachsen bist. Ich war schon immer hier, beweis das mal. Scheiße. Wie schnell kommst du mir eigentlich gerade hinterher, du Mistvieh? Danke, Dutchniepel, für deinen Satz. Ah, ich hab schon angepasst. Kacke. Ah, das war unnötig. Ich hoffe, er hat gespeichert, nachdem wir in der Gebärmutter waren von dem riesigen, weiß ich nicht. Ich hab da gedacht, dass Vieh, also wenn du schlecht zu Frauen in deinem Leben warst, wird dieses Vieh dich bestrafen in der Hölle. Dafür, dass du so kacke warst. Und wenn er sich den ganzen Tag abschlauert. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ach, daneben ist auch einer. Deshalb kassier ich so. Okay, cool. Ich überlege die ganze Zeit, ob die eine Schwachstelle haben, aber ich glaube nicht. Komm herr, Lucien. Ah, also doch genau in den Kopf reinschießen oder was das da vorne sein soll. Ich sehe dich. Da fehlt noch ein bisschen was. Da läuft auch wieder so einer rum. Das findet der echt, äh, die echt nicht so geil. Okay. Sieht aus wie ein Elefant. Also ich bitte dich nochmal in den Zoo zu gehen. Hahaha. Haha. Ah. In langer Zeit wird das einfach zu schwer. Ja, selbst ein Mobs. Oh, wir sind genau da drunter. Ach kacke. Dafür brauchen wir drei Labyrinths und die sind dann miteinander geschaltet und die muss sich alle drei irgendwie hochfahren. Das sieht aus wie eine neue Waffe. Ah, jetzt gibt es zwei unterschiedliche Arten von Kugeln. Ich denke mal, das hier ist sowas wie eine Schrotflinte. Ach, scheiße. Da ist nichts mehr drin. Nur normale Patronen. Deshalb wollte ich die gucken, ob ich die noch nachladen kann irgendwie. Ne. Alles voll. Schrot für die mit Kellerasse entschießt. Nimm das, du fettes Schwein. Er kann bestimmt nichts dafür. Ja. Hat bestimmt was mit den Drüsen. Barsch. Und jetzt wird er. Nee, nein. Barsch. Grund. Säger. Barsch. Ja. wrapping 2. Barsch. 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 Komm her, du Huhn! So, es wäre übrigens sehr leid, ich hätte heute auch sehr gerne die Beta von Warhammer 40k Darktide gespielt, wo ich auch Zugang habe. Aber es ist halt einfach, man muss sich auch manchmal entscheiden. Ich habe doch einen weiteren Zugang aufgemacht. Glaub ich gerade zurück? Na toll! Okay. Na toll! Presse! Man sieht an meinem Arm übrigens schon richtig krass, wie die Mutation vorangegangen ist. Okay. 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 Ich überlege doch, ob ich hier lang zurückkomme. Ja. Ja, wir standen mal vor dieser Tür. Ich erinnere. Erinnerst du dich? Ich erinnere. Verdammt! Es ist immer... Ich vertue mich immer mit der Taste fürs Nachladen. Guck mal das Inventar an. Ist eh einfach nur durchgelaufen. Alles gut. Ja, das war der Hauptraum. Da unten. Eine Tür. Vielleicht kann man hier nirgendwo runter hüpfen. Sondern ich muss drunter laufen. Also irgendwo ist die Möglichkeit, um eine Etage runterzukommen. Also irgendwo ist die Möglichkeit, um eine Etage runterzukommen. Das ist nicht einfach. Oh, die Quasi sind. Oh. Oh. Scheiße, wurde vom, ähm, von der Wand abgeblockt. Das war ein Angriff für nichts. Ich dachte hier wäre vielleicht in der Ecke was zum auffüllen. So, das ist das zweite Tor, was wir aufgemacht hatten. Sehr gut, jetzt können wir das Ding nach oben schieben. Okay, das wäre nach, ich sag jetzt einfach mal nach Nordosten von mir geguckt, aber das ist natürlich totaler Unsinn. Weil ich keine Ahnung habe in welche Richtung hier Nordosten ist. Aber wir müssen theoretisch, äh, nach da runter. Wenn das dann überhaupt möglich ist oder ich muss genau andersrum da lang kommen. Ich will runter, lass mich da einfach runter hüpfen. Ja, oder ich geh einfach hier lang. Und noch zwei Schuss drin. Sollten wir auch nicht verkommen lassen. Komm her. Wir sind immer auf dem richtigen Weg. Geh weg. Hüp. Verdammt, wir müssen hier den Weg noch aufmachen. Ich habe ein Problem. Ich habe nämlich keine Munition mehr zum Nachladen. Ja. Also doch, ich habe noch Munition zum Nachladen, aber alles gerade doof gelaufen. Also besonders schlau sind sie ja nicht, ne? Aber sie haben auch anscheinend keine Augen. Oder sonst irgendwas. Sollte. Ich bin immer noch eine gegründete. Ich bin immer noch bei uns. Sollte. Oh nein. Oh nein. Sollte. I am mit dem Lenk. Was willst du von mir? Mein Gott, Walter! Der schwarze Ritter triumphiert immer! Der schwarze Ritter Aha, Munition! Also nicht, dass direkt ein Feind kommt. Okay, wir sind voll aufgeladen. Nur weil ich mal wieder Munition gefunden habe. Natürlich kommt ein Feind! Scheiß, ich habe noch keine Zeit gehabt nachzuladen. Ah, Hilfe! Geh mich hier Bullen! Ja, weiter bitte! So, Brücke war schon aktiviert. Ja, weiter bitte! Na komm Schneller So Weiter geht's Ich muss auch nur den zerstören Der andere ist egal Ja das ist ja auch eine gemeine Stelle Wenn auch von beiden Seiten Sag ich mal so ein Dicker kommt Und du hast deine Waffe noch nicht nachgeladen Aber zum Glück sind die Saves Auch relativ fair Es ist einfach so eine Schwabbelmuschi Es tut mir so leid Es ist politisch auch definitiv nicht korrekt Ach scheiße Oh gut Ich gehe mit der Ente Jetzt gleich dies wieder Rätselzeit Ich glaube nicht dass das eine Mutation von Ticktrick oder Truck ist Die in allen anderen Sprachen anders heißen Na Abkürzung zum Deshalb ist das Also das Level Design ist echt gut durchdacht Muss man auch mal Lob aussprechen Moment was Das war nicht hier Sondern da runter jetzt Du kommst halt immer wieder so raus Dass du Auf deine Hauptmission kommst Okay Was ist denn jetzt der Unterschied gleich Wenn ich dich ein rüber bewege Passiert dann irgendwas Achso dann bewegt er sich auch Du musst gucken Bei welchem der dann weiter gehen kann Ich muss hier noch einen runterziehen Das ist im Vergleich zum letzten Rätsel Schlimmster Pille Palle Moment ich hebe ab Ist auf mir nicht irgendwie eine riesige Gebärmutter Das ist ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist aber nichts. Ich muss hier an der Seite hoch. Da war gerade irgendwas im Weg. Ah, jetzt geht's. Ich darf nicht mal zurückgucken. Man hat sie einfach nur leiden gehört. Und es kam ein paar Einzelteile runtergefallen. Na gut, da hängt's ein bisschen ab. Ich finde, sie sieht noch recht fit aus. Wenn man eine Million Geburten mitgemacht hat, dann überlebt man auch sowas. Ich glaube, ich werde ein Baumbad. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, wer einmal bei Körperwelten war, den schmeißt sowas nicht mehr um. Untertitelung des ZDF, 2020 Moment, den nehmen wir mit. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen muss, aber wir werden es erfahren. Ich sage, ich hoffe, ich hoffe, ich habe auch nicht so zierde. 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 Wundervoll, ich habe auch nicht so zierde. Ich habe auch nicht so zierde. Ich habe auch nicht so zierde. Ich hoffe, ich habe auch nicht so zierde. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen da hinten. Okay, der ist aktiv. Hier sind Arme. Hmm. Hmm. Und was soll ich mit dem zweiten Ei anfangen? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass da noch irgendwas ist. Ich klappe mal mit den Zehen. Okay, das Tor nach hinten ist erstmal zu. Das erste Ei ist bestimmt abgelaufen. Oh, stimmt. Können wir das Ei vielleicht wieder rausnehmen und das andere reinmachen? Hmm. Hmm. Ich will keine Munition verschwenden. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! ja jetzt habe ich ein totes kind und weiß trotzdem nicht weil ich damit anfangen soll also totes kind ist vielleicht das falsche wort okay bleib hier sitzen und bleib hier für immer stehen ja das sind batterie ladestation kann man mal machen ich muss das gleiche nochmal machen was immer da aus dem rausgekommen ist ja weil es so schön war ich muss das ganze noch einmal machen komm mal her mein kleiner spatz ich glaube er wusste was ich vorhabe ja leck mich doch super was denkst du was sein schwachpunkt ist sein ego nein er geht auf die knie und dann musst du den wahrscheinlich die einzelnen teile kaputt machen ach der muss sein jetzt habe ich es gesehen er muss seine munition aufladen nachdem er mich beschossen hat was war ich das falsch gesehen doch ja ja aber wir Not auf! Untertitelung des ZDF, 2020 Ja was jetzt? Mach auf! Achso! Letzte Waffe! Na super! Bionic! Bionic! todavía es war ruf! mit deinen Munitionen um? Ja, ich krieg dir einen Herzinfarkt. Was ist denn jetzt ein Schwachpunkt? Ich glaube gerade war das Ding kurz offen. Ja, seine Klappe ist nicht mehr so ganz dicht. Wer die nachlädt, kann ich die nicht mehr zuhalten. Pfeuer auf mich. Er lädt nicht nach. Ja, ich krieg dir nichts mehr zu tun. Ich krieg dir nichts mehr zu tun. Kannst du mir doch nicht erzählen. Ah, jetzt. Ah, so eine Scheiße. Ahem. Natürlich überlebst du den Einschuss. Wir müssen andersrum laufen, Schätzken. Obwohl, du verschießt auch so deine. Granaten. Und darum geht's ja nur. Ah. Ah. Warum hat der denn jetzt die Klappe nicht offen gehabt? Ich bin zu doof. Ich bin da echt zu doof für gerade. Ja. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß, dass beim zweiten Mal sogar anders zerpresst wird. Moment, das war nur eine halbe Ladung. Ich kann die Waffe nicht mehr wechseln, die ist mit meinem Körper verwachsen. Hm. Moment. Moment. Ja, da ist das letzte Ei. Okay. Scherp, ich hab Malheur. Warum tue ich das alles? Ah, ist schon ein neuer Brutbot da. Spiegel mir das Lied von vorn. Hm. Ja. 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 Ich weiß, wo ich die Munition nachfülle. aus seinem Rücken. Oder aus dem Rücken. Wundervoll. Mein Gott. Komm her kleiner Spatz. Ich bring dich nach Hause. In eine bessere Welt. Wie ein Schieb mit der Waffe. Oh, Thermomix bitte einmal Popcorn. Fast richtig. Ja, langsam ist die Mutation so weit fortgeschritten. Da geht gar nichts mehr. Was ist das denn? Du würdest mir jetzt sehen, dass ich nicht mehr... Ach, ist keine Hand mehr da. Nein, sobald ich das ja hier reinziehe, ist das ja erledigt. Also beziehungsweise ja. Aber ich habe auch kein Inventar mehr. Kannst du jetzt was wegsprengen oder so? Gute Frage. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht ob die Mutationen... Ne, die sind glaub ich automatisch getriggert. Also es ist nicht so, dass du dir zu viel Zeit lassen kannst und dann deshalb das nicht mehr machen kannst an der Stelle. Denke ich nicht. Aber grad irgendwie doof gelaufen. Aber grad irgendwie doof gelaufen. Hm. Hatte ich die noch irgendwie in einen anderen Raum gesehen? Ah, es geht hier noch ein Stück weiter. Da ist Munition für den... Ich spiel nicht mit Maus und Tastatur. Ich spiel extra mit dem Controller, damit ihr nicht Motion Sickness bekommt beim Rumklicken von mir. Was soll das? Warum darf ich... Ich darf nicht mal mehr nachladen. Ich geh aber zuerst in der falschen Richtung. Ah ne, kann gar nicht sein, weil ich ja jetzt die Granaten hier habe. Pass auf, das zieht jetzt die Mutation von mir ab. Ja. Jetzt kann ich meine Hand wieder benutzen. Ekelerregend, aber nützlich. Ach scheiße, wie ich bewege. Die Mutation wächst wieder nach. Ach scheiße, wie ich bewege. Das ist jetzt nur um die Munition einzusammeln oder muss ich danach zu dem Ding da hinten laufen? Schau mich erstmal weiter um. Ach das geht aber, ne? Wir haben ja zweierlei Maß gemessen. Wir haben ja zweierlei Maß gemessen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich bin das. Schau mich. Ich bin es. 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 Er zieht mir auch HP ab, ja. Man muss jetzt mit HP haushalten. Stütz dich mal nochmal auf. Endlich einen geilen Hentai-Stream gefunden. Ach, so viel Hentai ist hier gar nicht. In dem Spiel noch keine Sekunde Sex mit irgendeinem Roboter oder mit einem Tentakel. Total enttäuschend. So, das war da. Also ich könnte durchrennen. Das Tor aufmachen. Und den könnte ich auch aufmachen, aber ich glaube jetzt noch nicht. Ich muss erst zum Tor das öffnen, weil das sieht aus wie der Rückweg. Ich glaube gerade, dass das mit diesem Energieding unten totaler Nonsens ist. Das hat überhaupt keinen Sinn, also es hat gar kein Ziel, dass du das machst. Mit den beiden Körpern, die da sind, dass du den, dass du an die drangehst und da rumhantierst. Weil es ja in der Nähe keiner von diesen Hautabzieherdingern. Das sieht nach Spaß aus. Ach, erzähl doch nicht, weil das sieht aus wie etwas, was den Parasiten abzieht. Du bist weder Mensch noch Mord. Das ist ein Monster hier. Du kommst halt nicht von hier. Na komm. Wie eine Fleischwunde. Geil. Geil. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Pass mal auf ins Auge Boah, ich bin befreit Hab ich nicht gedacht, dass das passiert Was ein kaputtes Vieh, alter Ja, war schön mit dir Ohne Scheiß, hat nicht mehr seine Nummer dagelassen Und das nach so einem Höllenritt Was ist ein kaputtes Vieh? Was ist dein kaputtes Vieh? Was ist ein kaputtes Vieh? aber so ganz fit bin ich auch nicht mehr ich kann von hier schneller wieder nach vorne richtig deshalb kinder niemals drogen alleine nehmen wir brauchen immer einen safe guy und generell sollte die eh keine drogen nehmen ich habe da jetzt wieder die energie kraft wir müssen jetzt wieder reingehen ich glaube wirklich übrigens dass wir in einer infizierten welt versuchen das letzte leben was es noch gibt von unserer zivilisation wieder zu wieder zu gebären ich glaube das ist eigentlich der plot all die arbeit um sag ich mal das letzte kind zu auf die welt zu bringen damit wir vielleicht doch nicht am arsch sind ich glaube das wäre es der eigentliche sinn hinter allem ja ich hab boah ist das doof bin ins treppenhaus gelaufen wo die treppe kaputt ist ich glaube nicht dass am ende viel verraten wird wenn wir durch sind wir sind alles 010 oh mein gott jetzt stimmt ich sehe genauso aus wie die anderen die hier sind mit dem offenen bauch jetzt wird man samen abgepumpt 010 010 010 010 010 010 Ich bin erst mit einem neuen Netzwerk verbunden. Oh, ich bin die Frau, die unten schwanger ist. Das ist ein schlechter Körpertausch. Oh mein Gott, ich bin beide und kann jetzt zwischen denen wechseln. Das ist ein schlechter Körpertausch. 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 Kann ich die andere Person auch noch sein? Das ist ein schlechter Körpertausch. Das ist ein schlechter Körpertausch. Oops. Das ist ein schlechter Körpertausch. 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 uesimana Muskeln? Untertitelung des ZDF, 2020 Na super! 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 super! na super!